Servus und willkommen zu einem neuen Mathe-Video. Heute geht es um das Rechnen mit Bruchthermen. Bevor wir uns den Bruchthermen aber widmen, will ich noch ganz kurz die Brüche wiederholen. Und zwar schauen wir uns das Beispiel an 2 Fünftel plus 7 Drittel. Und wenn wir Brüche addieren wollen, dann müssen wir vorher auf einen gleichen Nenner bringen. Das heißt, ich erweitere auf 15 sind dann 41 Fünftel. Es ist ganz wichtig, dass man sich erinnert, wie das geht, weil genau das werden wir jetzt auch bei den Bruchthermen brauchen. Und die schauen wir uns jetzt an. Wir nehmen jetzt das Beispiel 2x durch 5y plus 7y durch 3x. Und die beiden will ich zusammenrechnen. Und wenn ich jetzt zusammenrechnen will, brauche ich einen gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner ist aber nicht nur 15, weil ich habe im ersten Term ein y im Nenner und im zweiten Term ein x im Nenner. Also wenn ich jetzt nur auf 15 erweitere, ich werde das mal machen. Also mal 3 Drittel beziehungsweise mal 5 Fünftel. Wenn ich das erweitere, dann schaut das folgendermaßen aus. 6x durch 15y plus 35y durch 15x. Ich kann die jetzt aber noch nicht zusammenrechnen, weil beim ersten Bruch habe ich ein 15y und beim zweiten Bruch habe ich ein 15x. Das ist nicht der gleiche Nenner, weil y und x sind unterschiedliche Sachen. Deswegen werde ich folgendes machen. Ich erweitere nochmal und zwar mit x mal x beziehungsweise mit y mal y, äh durch y, sorry. Dann passiert nämlich folgendes. x mal 6x sind 6x hoch 2. Mein Nenner ist jetzt 15xy und bei dem anderen Bruch passiert dann folgendes. 35y hoch 2 durch 15xy. Jetzt habe ich den gleichen Nenner. Der ist nämlich 15xy und jetzt habe ich 6x² plus 35y² und das schreibe ich auf einen Bruchstrich xy. Da ich x² und y² nicht mehr zusammenrechnen kann, kann ich das oben nicht mehr weiter vereinfachen und bin somit fertig. Also das Prinzip ist genau das gleiche. Ich suche mir einen gemeinsamen Nenner. Allerdings muss ich auch darauf achten, dass die Buchstaben beziehungsweise auch ihre Potenzen gleich sind. Jetzt schauen wir uns noch ein Beispiel an. Das habe ich da schon aufgeschrieben. 4 durch a² plus 2a plus 1 plus 5 durch 4a plus 4. Auch das sind Bruchterme, die man zusammen addieren will. Das heißt, man braucht einen gemeinsamen Nenner. Allerdings schaut das jetzt schwierig aus. Also man weiß nicht genau, wie soll man da erweitern und auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Vor allem, weil im ersten Bruch stehen ja drei Terme im Nenner und im zweiten Bruch zwei Terme. Also wie kann das funktionieren? In einem früheren Video habe ich euch erzählt, dass man immer einen gemeinsamen Nenner finden kann, indem man die beiden Nenner einfach multipliziert miteinander. Das würde dann folgendermaßen ausschauen. Ein Bruch ist wie eine Klammer. Das heißt, ich kann da Klammern drum herum machen und muss da dann Klammern ausmultiplizieren. Ihr seht schon, dass unten diese beiden Nenner sind jetzt die gleichen, nur vertauscht. Allerdings wird das ultra mühsam und deswegen fragen wir uns, gibt es nicht eine einfachere Variante? Und ja, die gibt es und die zeige ich euch. Und das ist ein Vorgehen, das ihr bei Bruchtermen öfter machen müsst. Vor allem, wenn ihr euch das Leben leichter machen wollt. Nämlich anstatt einfach drauf loszurechnen, schauen wir uns vorher die Angabe genau an. Und da erkennen wir im ersten Nenner, das schaut so ein bisschen aus wie a plus 1 zum Quadrat. Also wenn ich a plus 1 zum Quadrat ausrechnen würde, also binomische Formel machen, kriege ich a Quadrat, die beiden Terme dann multiplizieren und verdoppeln, das ist 2a und dann 1 zum Quadrat gibt 1. Also ich kann das auch so aufschreiben. Wenn ich mir den zweiten Nenner anschaue, dann könnte ich da ja einen Vierer herausheben. Also 4 mal a plus 1. Und jetzt erkenne ich, dass ich da ein a plus 1 hoch 2 und ein a plus 1 habe. Also die haben schon ein bisschen was gemeinsam. Und kleiner Spoiler vorweg, diese beiden Sachen müsst ihr immer machen bei solchen Beispielen, bei solchen schwierigeren Beispielen. Also wenn ihr solche Beispiele habt, wo die Nenner irgendwie komisch ausschauen und überhaupt nicht zusammenpassen, dann zerlegt die vorher in Produkte. Das heißt, versucht binomische Formeln zu sehen und versucht herauszuheben. Es sind immer diese beiden Sachen. Wir haben also bei beiden Termen schon ein a plus 1 bzw. a plus 1 hoch 2. Ich brauche also mindestens ein a plus 1 hoch 2. Das ist wie beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Ihr könnt euch auch da nochmal mein Video dazu anschauen. Und ich brauche aber auch mindestens einen Vierer, weil sonst könnte ich diesen zweiten Nenner nicht bauen. Das heißt, mein gemeinsamer Nenner wird folgendes sein. Das wird 4 mal a plus 1 hoch 2 sein. Weil in 4 mal a plus 1 hoch 2 steckt der Vierer drin, den ich brauche um das zu bauen. Da steckt das a plus 1 hoch 2 drin, das ich da brauche. Und im a plus 1 hoch 2 steckt ja auch das eine a plus 1 drin, das ich da brauche. Das heißt, das ist mein kleinstes gemeinsames Vielfaches für diese beiden Brüche. Jetzt muss ich mir nur noch anschauen, was ich da erweitern muss jeweils. Beim ersten Bruch muss ich mit 4 erweitern. Und beim zweiten Bruch, da hatte ich ja ein 4 a plus 1 schon da. Jetzt ist noch ein a plus 1 hoch 2. Das heißt, mir fehlt da noch ein a plus 1. Ich muss also erweitern mit a plus 1. Jetzt rechne ich das nur noch aus. 16 plus 5 a plus 5 durch meinen Nenner. Den Nenner lasse ich einfach stehen. Den rechne ich nicht extra aus. Im Zähler werde ich noch vereinfachen. 5 a plus 21. Und das ist jetzt mein Endergebnis. Und so rechnet man Bruchtherme zusammen. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr ein paar Beispiele übt und ein Gefühl einfach dafür bekommt, wie man diesen gemeinsamen Nenner findet. Und da zeige ich euch jetzt die Beispiele für das Übungsvideo. Das sind diese hier. Ein paar Beispiele. 5 Beispiele, um genau das zu trainieren, was wir uns jetzt angeschaut haben. Natürlich rechnen wir das im nächsten Video dann gemeinsam. Ich hoffe, wir sehen uns dann und jetzt wie immer. oder wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.